Seit tausenden von Generationen waren die Revolver-Männer Ritter. Sie hatten geschworen, unsere Welt vor der nahenden Dunkelheit zu schützen. Diese Vision, wie du sie nennst, was siehst du? Ich sehe einen Turm, den Mann in schwarz und den Revolver-Mann. Es sind nur Träume. Sie sind nicht real, Jake. Da draußen gibt es eine andere Welt. Ich weiß, dass es sie gibt. Wer bist du? Sie sind es. Sie sind ein Revolver-Mann, stimmt's? Es gibt keine Revolver-Männer. Nicht mehr. Warum will der Mann in schwarz den Turm zerstören? Der Turm beschützt deine und meine Welt. Wenn er fällt, wird die Hölle entfesselt. Er ist sowas wie der Teufel, nicht wahr? Nein, schlimmer. Du kannst das, was kommt, nicht aufhalten. Der Tod gewinnt immer. Vielleicht steht ihre Welt vor dem Ende. Aber meine nicht. Wenn sie diesen Turm einstürzen lassen, werden Milliarden Menschen sterben. Gibt es Waffen und Kugeln in deiner Welt? Die Erde wird ihnen gefallen. Sehr. Na schön, gehen wir. Rebst du dir einen Weg aus der Dunkelheit? Hast du dem Jungen erzählt, dass jeder, der mit dir geht, durch meine Hand stirbt? Ich werde ihn töten. Für uns beide. Ich ziele nicht mit meiner Hand. Der, der mit seiner Hand zielt, hat das Gesicht seines Vaters vergessen. Ich ziele mit meinem Auge. Ich schieße nicht mit meiner Hand. Ich schieße mit meinem Verdammt. Ich töte nicht mit meiner Waffe. Ich töte mit meinem Herzen. Ich schieße mit meinem Verdammt.